Musik Mit einem Samba Tijota, das ist ein Rhythmus des Nordestes, sehr einfach, nur eine Palme zu machen, um die Eolika Energie zu geben, die hier jetzt mit uns zu spielen. Herzlich Willkommen bei SimTV und dem Festival Eolika 2008. In diesem Jahr zum ersten Mal an zwei Tagen. Wir berichten heute vom Freitagsfestival. Leider begann das Festival erst sehr spät. Eine erste Gruppe spielte, es waren die Karlovaivari und dann lange nichts. Über zweieinhalb Stunden Probleme mit dem Sound, sodass dann erst gegen 22.45 Uhr die Gruppe Morodo starten konnte. Sie allerdings zogen die Menschen in den Bann. Über 1500 Menschen tanzten und klatschten zu den Gesängen der Gruppe aus dem La Orotava-Tal im Norden Teneriffas. Diese Gruppe hat bereits zahlreiche Preise gewonnen. Wir wollen einfach mal reinhören und berichten natürlich für Sie ab Montagnachmittag von dem Festival Eolika Samstag. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020